Servus, Grüezi und Ahoi! Dobre Rano, Jaximash! Heute gibt es mal einen anderen Film. Deswegen mache ich da auch gar kein Disclaimer drauf, weil hier werde ich nicht speziell auf Kaufsignale, Verkaufssignale oder sonst was eingehen, sondern es handelt sich hierbei um 66 Aktien, die ich am Wochenende mal durchgegangen bin, und zwar auf Wochensicht. Ihr seht jetzt also hier ein Beispiel, zum Beispiel Daimler, das ist der Chart auf Wochensicht, eine Kerze, eine Woche. Daraufhin habe ich diese Liste hier gemacht, die kann ich jetzt hier schon mal hochfahren, und ich sage, Aktien, die auf Wochensicht sehr hoch sind und wenig Potenzial aufweisen oder vorweisen. Dann habe ich gesagt, Aktien, die auf Wochensicht neutral sind und Aktien, die auf Wochensicht sehr tief sind und mehr Potenzial haben. Ihr werdet mit Sicherheit die eine oder andere Aktie von euch finden. Ich gehe die jetzt nicht einzeln durch. Ich werde gleich Beispiele machen, warum ich das so gemacht habe, warum ich das so sehe. Überwiegend ist das der Eurostoxx und es ist der DAX und es ist die, was ich nenne, Late-Night-Liste. Das ist das, was sich immer mal wieder Leute wünschen, wenn ich ein Wunschkonzert mache bei der Deutschen Börse oder durch den Chat oder wo ich halt drauf schaue. Es sind nicht alle Aktien. Ich habe also da 150, auf die ich permanent schaue. Das sind 66 Stück. Jetzt will ich euch mal zeigen, was ich darunter verstehe. Aktien, die auf Wochensicht sehr hoch sind und wenig Potenzial vorweisen, nur damit ihr wisst, was ihr macht. Und zwar, das ist jetzt Daimler. Chart, eine Kerze, eine Woche. Ich habe verschiedene Näherungspunkte. Also das zum Beispiel jetzt bei Daimler, das muss man für jeden Wert mal selbst schauen, ist das Pre-Corona hoch. Und dann sind die dann hier von 50 runtergeknallt auf 20. Ich glaube, der Tiefstkurs war, gucken wir mal hier, der war bei 21,01. Und von dem Ding sind sie einfach nur gestiegen und waren jetzt sogar knapp vor der 80. Das ist so eine Geschichte, da muss man sich überlegen, macht das Sinn? Weil wir kleben hier am oberen Band. Wir haben nicht eine, ein Atemholen, eine nennenswerte Korrektur. Also hier war vielleicht mal so ein Mini-Ding, aber das war auch nicht viel. Das ging dann runter von 41 mal runter auf die 34. Ja, okay, sind 7 Euro, wem es reicht. Ja, aber ich finde es nicht besonders toll. So, wir sind über die traditionelle Sichtweise in diesem Fall negativ. Wir sind über die moderne Sichtweise im MACD negativ. Wir stehen kurz vor einem Verkaufssignal in der wöchentlichen Slow Stochastic. Das heißt für mich, dieser Wert ist hoch und hat wenig Potenzial. Man muss einfach hinterfragen, macht das jetzt noch Sinn, die auf 90 oder 100 zu spielen? Solche Bewegungen bei Daimler sind typisch. Ich formuliere das immer so, wenn so ein Big Ship, so ein Tanker mal Fahrt aufgenommen hat, bis der bremst, ist der Bremsweg sehr, sehr lang. Es gab eine ähnliche Bewegung. Die hatten wir hier 2009. Aber auch hier, mal schauen, kann ich das ein bisschen schöner machen, so. Aber auch hier, da waren sie bei 17 und gingen hoch bis, glaube ich, 54, 58. Voilà. Aber hier hatten die wenigstens mal Atemholen. Hier, da, hier war auch so ein Ding. Das haben die überhaupt nicht. Also deswegen kommen die auf diese Liste, Daimler, hier stehen sie, wo ich mir einfach sage, haben die auf Wochensicht noch Potenzial oder sollten die nicht mal irgendwie Luft holen? Das hier sind die Werte, die ich gefunden habe. Also, ich, ihr könnt es in Filme anhalten, ihr könnt einen Screenshot machen. Wie auch immer, ihr wollt, das hier heißt natürlich nicht Vonovial. Nee, sondern Vonovia. Da sind also eine ganze Menge Sachen dabei. Auch hier sowas wie Vinci, die L'Oreal, die L'Form H sind dabei, also auch ein paar Franzosen. Aber auch noch andere Werte. Hier sind so Intel, Microsoft. Man muss es einfach hinterfragen. Ist es sinnvoll, die jetzt noch zu behalten? Oder, wenn man es behalten will und sagt, na gut, die holen vielleicht mal Atem, dann kann man sie ja behalten. Die Frage ist, muss ich heute hier und jetzt auf diesem Niveau da nochmal neu einsteigen, um die letzten zwei Cent zu verdienen? Das ist einfach eine Frage, die man sich stellen muss. Dann habe ich Aktien, die auf Wochensicht neutral sind. Da sind also hier auch so ein paar dabei, so Adidas, Covestro, Danone, so Zeug. Nehmen wir mal da ein Beispiel raus. Das nehme ich Ihnen da, was weiß ich. Wir können die RWE nehmen, weil RWE kennt jeder. Nehmen wir mal die RWE. Die sind hier. Ja, auch wieder der Wochenchart. Die sind jetzt auch gestiegen vom 5.10.2016 relativ ordentlich. Gar keine Frage. Aber, was machen sie jetzt? Die hängen völlig neutral hier um 10 und 20 Wochen Linie herum. Hier vom MACD gibt es nichts Neues, Frisches. Sie ist doch hastig, steigt weiter, muss ich auch, weil wir haben die letzte Bewegung hier von 30 hoch bis zur 35 vollzogen. Die werden erst vom Chart her weiter positiv, wenn sie hier über den Bereich von 38,5 gehen. Das müssen wir mal machen. Ich behaupte, dass in dieser Gruppe hier Aktien, die auf Wochensicht neutral sind, dass da Aktien dabei sind, die passen sich einfach an. Wenn der Markt weiter steigen sollte, da bin ich skeptisch, dann werden die mitlaufen. Wenn der Markt fallen wird, dann werden die nach unten mitlaufen. Aber keine überproportionale Entwicklung. So möchte ich das mal formulieren. Und dann habe ich als dritten Bereich Aktien, die auf Wochensicht tief sind und mehr Potenzial haben. Da haben wir hier so Commerzbank, Conti, Lust da, Fraport, Alibaba, Aurora, Tart, Warta. Für Warta habe ich gestern einen Film gemacht. Gucken wir mal beispielhaft Commerzbank an. Commerznibanker. Hier ist er. Na, komm her. So, auch der Wochenchart. Und hier seht ihr dann einfach, das technische Bild ist völlig anders. Die sind noch nicht so stark gestiegen. Ich lasse jetzt mal die fundamentalen Gründe völlig außen vor. Sie fangen an, sich hier zu stabilisieren über die moderne Sichtweise, sind aber noch negativ in der traditionellen Sichtweise. Geben aber hier ein Kaufsignal über die Slow-Stochastik. Das heißt, wenn der Markt hochgeht, sollten die meiner Meinung nach mehr Potenzial haben als andere Werte. Zumindest die aus der mittleren Gruppe. Ja, den neutralen Werten. Also so gehe ich das an. Deswegen, ich mache jetzt hier nochmal die Liste rein und sage mir, ihr könnt jetzt hier einen Screenshot machen, ihr könnt den Film anhalten. Schaut mal, ob ihr hier irgendwas dabei habt. Dann gehen rein in eure Charts, macht das nach welchem System auch immer ihr das glaubt, tun zu müssen. Aber schaut bitte auch mal auf die Woche, nicht immer nur auf den Tag, sondern auf die Woche, mal auf Sicht von einem halben Jahr, seit einem halben Jahr und bis zum halben Jahr. Die Idee soll sein, dass man vielleicht findet, die, hier zum Beispiel war bei Commerzbank, das, das Prä-Corona-Hoch, ja, hier ist das während Corona-Tief, solche Geschichten, haben die das schon zurückerobert? Ich denke jetzt mal an die Daimler von eben, die Daimler sind also fett drüber und da muss man sich einfach die Frage stellen, haben die das Rad neu erfunden? Sehe ich nicht so. Haben die Potenzial? Mag sein, also auch fundamental, im Sinne von, China kauft jetzt ein paar mehr Autos, ja, wie lange machen sie das? Weiß ich nicht. Ich finde einfach nur, so eine Daimler ist jetzt zu stark gestiegen und hat jedes Recht zu atmen. Eine RWE ist neutral und hat keinen Impuls, weder nach oben oder nach unten. Da muss man es einfach überprüfen. Aber zum Beispiel eine Commerzbank, jetzt hier short zu gehen, auf dem Niveau, halte ich für riskant, sagen wir es mal so. Und dann haben die schlicht und ergreifend mehr Potenzial als Risiko. Also guckt mal, ob ihr damit klarkommt und könnt ihr auch gerne da bei YouTube oder auf Facebook dann Fragen drunter stellen. Ich gucke, dass ich das alles hinkriege und versuche euch selbst mal ein Bild zu machen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.